Black Mirror 3 Das langersehnte Finale der erfolgreichsten Horror-Adventure-Serie der letzten Jahre. Lüfte die letzten Geheimnisse, die sich um den mörderischen Fluch der englischen Adelsfamilie Gordon ranken. Sieben Minuten nach den Geschehnissen des zweiten Teils beginnt das abschließende Kapitel der Trilogie. Als Mörder und Brandstifter beschuldigt, ist Adrian Gordon, der letzte Nachkomme des verfluchten Clans, auf sich allein gestellt. Na, wie geht es deiner geschundenen Brandstifter-Seele? Die traumatischen Ereignisse und blutige Visionen lassen ihn an seinem Verstand zweifeln. Was ist los mit mir? Das bin nicht ich! Zahlreiche Rätsel fordern Kombinationsgabe und das Abstraktionsvermögen des Spielers. Black Mirror Castle. Das nur scheinbar ruhige Städtchen Willow Creek. Finstere Wälder, gespenstische Ruinen und geheimnisvolle Katakomben gilt es nach Hinweisen zu erforschen. Black Mirror 3. Das finale Kapitel. Brich den Fluch. Black Mirror 3. Das finale Kapitel. 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 Vielen Dank.